Buhuhu, 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 Buhuhu. Weine nicht, kleiner Fisch. Ich habe Hilfe mitgebracht. Oh, danke, Samen. Könnt ihr Mama wirklich helfen, in den Himmel zu kommen? Es heißt Seemann und durchaus. Dieses Kind hat unglaubliche Kräfte. Gut, wenn Mama in den Himmel kommt, kriegt ihr 3 Millionen Dollar und ein bisschen Schmuck. Fass einfach meine kleine schwule Flosse an, um magisch zu ihr transportiert zu werden. Durch das Anfassen der Flosse werden Samen und sein Kumpel nach Valhalla transportiert, wo ein anderer Fisch auf einem Einhorn reitet. Ich bin hier, Mama. Bist du das, Baby? Ich bin's. Wir bringen dich in den Himmel, Mama. Halt dich fest, das Kind wird uns helfen. Okay, Baby, ganz wie du meinst, du kleiner schwuler Fisch. Wir sollten es auf eine Goldplatte pressen und ins Ei schießen, damit auch Außerirdische das sehen können. Hab's geschafft! Vielen Dank für deine Hilfe, Baby! Ich liebe dich, Mama! Dann bis ganz bald, Baby! Ja, bis bald, Mama! Halt, was zum Teufel soll das heißen? Vergiss dein Handtuch nicht! Vergiss dein Handtuch nicht! Vielen Dank.